So, Beagle, geh mal rein, oder wie? Ja, here we go. Yay! Auf, auf! Auf, auf und davon! Er greift an! Ich bin einfach über ihn gejumpt. Alter, jetzt kam der einfach nicht auf mich gerannt, ey. Jetzt bin ich doch jetzt mal in Ruhe, ich mach doch gar nichts. Ich habe mir nur meine Bier getrunken. Boah, ist das unfair. Ich bin richtig gerollt. Achtung, Beagle, Beagle. Jetzt krieg ich so auf die Schnauze. Und rein da. Achtung. Boah, da ist die 5er Combo. Ah, geil, er hat aber zwischendurch geswitcht, das ist gut. Ja, ja. Nein, 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 nein. Oh Mann, ich habe so Kopien gesehen. Oh, du hast ihn dann, bist du, ey. Oh mein Gott, oh, ist das schlechteste Zeitpunkt. Schade. Komm, in die zweite Phase hausten. Du hast ihn in die zweite Phase gehauen. Ja. Ah, scheiße, ich hätte ihn überleben müssen. Aber let's go, du carryst das jetzt zum Schluss. Ah. 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 Ähm, wollen wir lieber springen, Sven? Ja. Gut. Viel Spaß. Ohohohoho. Alter. Den Spot habe ich gar nicht gekannt, du. Wie Auch das ist starke, keine Ahnung. elft competitor, der Das ist jetzt Mana mehr, gell. Dann. Mal gucken, ob er jetzt klappt, der Deathcounter. Ja, er klappt. Okay, bist du wieder respawn schon? Ja, 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 Moment grad. Ähm, ich hab vergessen, den einen Tanks zu schlucken. Die Crew schreibt gerade, Stampers hat mehr Tote als Beagle ist das Realität. Ja, tatsächlich. Aber auch nicht, weil ich so viel mehr God Gaming gemacht habe als er. Verstehe ich absolut, Kamui. Aber deine Aussage beinhaltet, dass ich gesagt habe, ich feiere das nur wegen der Animation. Das ist ja falsch. Ich feiere den Anime, weil einer der geilsten Anime seit langem ist. Die Story ist geil, die Umsetzung ist geil. Ich finde einfach die Welt geil. Die Idee einfach von der Welt ist schon geil. Die Animationen sind nur noch mal ein Tropfen auf den alten Stein, die das noch mal geiler machen. Tatsächlich. Machen das Werk runter. Sehe ich nämlich genauso. So, auf geht's. So, warte. Lass ich mich richtig rocken vorher. Spiele ein bisschen vorsichtiger. Den haben wir nämlich eigentlich, wenn wir ein bisschen konzentriert spielen. Ja, auf jeden Fall. Lass jetzt die Zauberei weg, weil das macht tatsächlich schnitt so viel Schaden. Okay. Okay. Drs. So, ja, da. Ja, das macht es gerne. Drs. Ja, der vorne. Okay. That vorne. Okay. Okay, die. Let's go. Der ist U.S. Oh, okay. Michael. Guck mal da, was der für eine Reichweite hat, ne? Achtung, springt auch dicht, ne? Die scheiß Verzögern, ne? Schön gestickert. Weg, weg, weg. Jetzt haben wir ihn. Boah, ich glaub, du hast mal schön Bleeding-Damage gemacht, ne? Ein bisschen. So, ich skipp, äh, Sequenz und Abpart. Wo ist deine Stelle? Da bin ich auch hin. Boah, ich hab so weit weg, weil ich nicht mehr hingekommen. Hatte ich ihn nicht erwischt, ne? Boah, Alter, was hab ich denn eigentlich für eine Sprungkraft? Die springen die ganze Zeit über Godric rüber. Huhu! Huhu! Nein! Boah, sorry. Ich war eigentlich links neben ihm. Ja, das stimmt. Amba. Yes! Sehr schön. Here we go, Alter. Und jetzt will ich, dass der Chat Party macht, ey. Second try. So nicht. Vierter, glaube ich sogar. Aber wir zählen die in der Nacht nicht dazu. War zu spät. Easy. Nice. Sehr nice. So sieht aus wie 10 Jahre Freiburg-Crew. Und da wird's ja nicht nochmal nach Stuttgart kommen. Wo ist die Grace? Hier. Ach geil, stimmt. Der Typ ist ja gar nicht mehr hier. Der ihm, äh... Der ihm den Kopf eintritt. Ich weiß nur gerade, warum nicht. Wenn wir ihn umgebracht haben. Echt? Ja, wir haben ihn umgebracht. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe den angegriffen. Du hast dann gesagt, so, ey, Beagle. Was soll denn das? Das ist ein Händler. Ne, ich glaube, der lebt noch. Naja. Boah, ich weiß gar nicht. Ne, da ist er doch. Siehst du, da ist er doch. Einmal gerastet schon ist er da. Siehst du, sag ich doch. Ja, ich weiß gerade gar nicht, wie ich skillen soll, ne? Das sind schon drei Level oder so. Ich kann mit ihm mal nicht reden, weil du in der Gnade sitzt, glaube ich, tatsächlich. Ja. Lass mal leveln. Alles gut, das wissen. Ich will ja auch leveln. Ich gucke jetzt mal gerade, mit was mein Schwert hier ist. Stärke, Weisheit und Geschick. Ah, stimmt. Also Stärke muss ich auf jeden Fall mal auf 30 bringen. Dann habe ich das schon mal. So, und jetzt will ich mal gucken, weil es skaliert, glaube ich, auch mit Glaube. Aber, bevor... Better Saved in Sorrow. Im Zweifel immer auf Kraft gehen. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Ja. Ich skaliere auch mit Glaube und noch ein bisschen mit Geschick. So. Das heißt... Was ist denn du jetzt für ein Level? Äh, Level 48. Aber ich habe noch Runen. Also, ich habe nicht alles ausgegeben. Hm. Ich glaube, ich gehe sogar jetzt noch auf Kraft oder Kondition. Das wird jetzt nicht so schlimm sein. Boah, es sind noch drei Level. Dann bin ich auf 51. Ja, ich glaube, ich mache erst mal so. Und dann... Ich muss mir... Ich muss mir fürs nächste Mal genauere Builds angucken. So, okay. Dann gehen wir ins Schloss rein. Ah, wollen wir erst die Rune aktivieren gehen? Rune aktivieren? Also, im Runenturm. Ach so. Ja. Können wir machen, ja. Nein, ich habe die Rune noch gar nicht gelegt. Gut. Wie... Ich habe in meinem normalen Elden Ring Run nicht einmal den Runenbogen benutzt. Ja, gut. Ich tatsächlich auch nie. Ja. Von daher lohnt sich das vielleicht auch eher weniger, ne? Ja. Ja, lass erst mal... Gut, theoretisch müssen wir da gar nicht durch, ne? Also, Reikale, den Schlüssel habe ich ja schon geholt, ne? Den haben wir, glaube ich, schon. Wir könnten theoretisch direkt zu Renala gehen. Wir könnten aber auch nach Schloss Vulkan den 7er Dunkelschmiedestein holen. Ja. Chat, was meint ihr? Hatten wir nicht die Einladung schon bekommen, gell? Ja, die haben wir schon. Guck mal, ich habe nämlich noch Dunkelschmiedestein 8 und 9. Und dann können wir nämlich eine 9er Waffe für Relana oder Renala. Eins von beiden wird richtig sein. Ne? Äh, wo ist denn so ein Scheiß? Crew schreibt gerade, keine Ahnung, bin ass in Elden Ring. Da habe ich schon eine ganz kurze Frage zu stellen. Wie ist die Videoqualität gerade für euch in Twitch? Ist die besser als vorher? Das ist ja der Eingang wieder, oder? Ja. Ja, ich bin jetzt nur gerade ein bisschen gerollt. Achso, für gucken, welche Rolle du hast. Ne. Okay, wie kommen wir am schnellsten nach Hausvulkan, wäre jetzt die Frage. Es gibt einmal, wenn wir können uns von so einer eisernen Jungfrau fressen lassen. Das würde Crew bestimmt gut gefallen. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert, weil die Transportfalle hat auch nicht funktioniert, ne? Das kann natürlich sein, da müsste jeder Einzelne im Spiel das machen, aber das ist ja das kleinste Problem. Ja, theoretisch das. Oder wir gehen halt außen rum. Wir holen uns jetzt noch in Fort Farod das Siegel und dann gehen wir jetzt schnell zum Aufzug einfach. Können wir auch. Ja, ich glaube, das ist der unkompliziertere Weg, oder? Ja. Dann, Festung Fahrrad erst mal. Dann haben wir jetzt noch so eine kleine Sidequest und dann Speedrun. Ja, aber ich wäre jetzt noch gerade durch das Schloss durchgegangen für, ähm, den, ah ne, die Gnade haben wir ja schon aktiviert, ne? Ja, richtig. Wir haben ja schon fast alles von, von Lyon ja, also zumindest mal so im See und in der linksten Seite schon vieles. So, jeder muss selber rein, ne? Wollen wir, wollen wir uns so aufsplitten? Der eine guckt zu, während der andere sich da gerade durchkämpft. Alter, Crew, ohne Witz. Heißt du, die Videoqualität ist, wabbern nur der Fleck in der rechten oberen Ecke stören. Der Schlawiner. So. Was denn, was wollen wir jetzt? Was war denn eigentlich jetzt eben mit Bella, wenn man fragen darf? Hat sie ein Monster gesehen? Ah, ja, ne, sie hat, äh, ein C angestoßen und ich hab tatsächlich gedacht, die hätte sich den gebrochen. Aber alles, alles noch gut. Okay. Ach ja, hier, das ist... Ja, viel, viel Spaß. Ich muss ja auch durch, ne? Aber wenn du das Item hast, komm ich nach. Ja, wie krass, warum ist das denn so stark? Die sind ultra stark. Die waren auch, als ich mit meinem Main-Character da durchgegangen bin, ultra stark. Ich würde tatsächlich einfach durchrennen. Pfeiten wär, wär Selbstmord. Na, scheiß drauf. Ne, 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 ich hab keinen Bock, vergiftet zu werden. Ich bin vergiftet. Ich bin die arme Sau. Ich bin vergiftet. Ich hoch. So. Ding ist, ist sehr geil. Alter. Kriegen wir den irgendwann noch tot? Die sind zu schnapp. Sind die Fledermäuse bitte für ne... Oh, ne neuner Ruhner. Wir haben nur noch eine Tasche, die können wir nur anmachen, oder? Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Ja, ja, ich hab vorgesorgt. Ich hab vorgesorgt, ich hab vorgesorgt. Oh, wie geil. Hä, wie bist denn du da dran gekommen? Oh, sehr schön. I'm a mage, bitch. I'm a mage, bitch. Hier sind noch mehr Fledermäuse. Ich ne, ne. Kletter hoch. Viel Spaß beim Kämpfen. Later, Stempers. Die dumme Sau. Du dumme Sau. Du dumme Sau. Du dumme Sau. True schreibt, bin heute in Disslaune, nachdem ich 10-0 im Deck-Testing verkackt hab. Oh ja, übermorgen geht's ja schon los, ne? Der wie geht... I have the Medaillon from Dectus. Hm. Hast du das drauf gesammelt? Hast du das? Ey, Junge, du bist genau an der Kiste vorbeigelaufen hier oben am Drogen, du Ei. Oh, fuck, die war da oben im Kurm. No way. Junge, ey. Ich hab gedacht, der ist weiter hier unten. Scheiße. Scheiße. Aber wo? Ja, du kommst da jetzt nicht mehr hoch. Muss jetzt wieder runter und dann wieder hoch. Oh, leu. Die haben mich gewonnen, hätte ich. Oh, Alter. What? Ah! Oh! Scheiße, das heißt, du hast das Medaillon schon, ne? Eventuell bringe ich Freunde mit, oder? Trissette. Okay, ich trissette. Ich sag's ja echt ungern, ne? Das darfst du den Medaillon holen, Junge. Ja. Ich hab das Ding. Aber du bist doch einmal gestorben. In der Theorie braucht man nur eins. Theoretisch tatsächlich, ne? Ja. Ich hab jetzt beide. Decklos links und rechts. Ja, wär gut. Links hab ich auch. Oder je nachdem. Das, was man halt in Heid bekommt, ne? Ja, das weiß ich. Ich renne jetzt hier durch, okay? Bist du ready? Ja, ja, ich bin ready. Ich warte hier. Kannst du die Benny Hillmucker ansummen? Ich freu's, dass ich grad nicht im Kopf hab. Achso, ja, okay. Genau, jetzt war ich schon mal. Geil. Das ist wieder was anderes. Das ist Zirkus. Ja. Nein, ich kann schon. Okay. Spiel den selben Song nochmal. Warst du den selben Song nochmal? Okay. Ja, spiel ihn. Spiel ihn. Ich muss nämlich schon mal sicher zurückkommen. Lettern einfach runter, Junge. Boah, warte mal. Ich hab... Ich bin... Ich spiel den Topf der Gear. Warum sind die denn hier so stark, Alter? Der ist ja den Caleb, ne? Ich spiel den Topf der Gear. Ich spiel den Topf der Gear. ... ... Yikes. Hank. Ja. Nein! Ich wollte noch dieses Medaillon holen. Hast du es denn geholt? Ich bin nicht mehr dran gekommen. Ich bin vorher gestorben. Du hast gecheatet. Ich habe die neuen Schaden gesehen. Du lügst doch. Ich habe es on-screen, du alter Cheater. Ja. Das stimmt doch gar nicht. Jawohl. Mein Moonvale ist einfach nur mega krass, Junge. Was ist denn mit dir, ey? Guck mal da, ich kann mir jetzt auch instant noch mein Level kaufen, ne? So, ich mache jetzt glaube ich Kraft, aber auch auf... Ich meine... Geschenkt, ne? Geschenktes Level. Warte mal, habe ich nicht auf das... Von mir jetzt, oder was? Ach, scheiße. Ja. Weil ich jetzt die zwei Fledermuster gekillt habe, oder was? Guck mal hier. Ich habe jetzt das Quallen-Schritt. Quallen fischen, quallen fischen, quallen fischen. Ja, das ist neidig. Warten wir dann nochmal her. Wir waren doch eigentlich zusammen da. Hier, so benutze ich den Kram. Sag mir. Wo gibt's denn das? Ähm... In... Ionia, das Seeland. Hab ich nicht gekriegt. Bist du da nicht vorbeigeritten? Ungefähr... Ungefähr hier... Warte, jetzt hast du jetzt ein Ding oder nicht? Ich hab... Wir können hin. Wohin gehen wir am besten? Zu EG? Äh... Ne, zum besten Kristallwälder. Ja. Okay. Kannst du den Weg leiten? Machst du jetzt hier den... Ähm... ...Stampers wird nostalgisch für den Elden Ring spielt, weil in seiner Jugend musste er auch schlöstern und Bestien schlachten. Hohohoho. Wer weiß der das? Ja, ich aber auch, weil ich war damals Schauspieler bei Mystic Night. Geil, ey. Jetzt mal eins im Chat, wer das noch alles kennt. Ey Sven, ich sehe dich problemlos auf dem... äh... ...ja, übrigens. Ja, top. Ähm... Die Sache ist jetzt die, ähm... Ja. Kommen wir nicht dahin durch den Teleporter durch die Stadt? Tatsächlich am besten. Können wir probieren. Shit. Also... Kommando zurück und einfach, äh... Ab nach Hogwarts. Ab nach Hogwarts. Jawoll. Ab nach Hogwarts. Wir sind zu zweit, das schaffen wir eh. Ab nach, noch kurz. Okay. Dann laufen wir endlich wieder zusammen. Ah, wir hätten... das Schlimme ist jetzt, das war so ein Umweg, wir hätten es eigentlich schon haben können, ne? Ja, passt. Auf jeden Fall. Ja. Alter, Nico, moin! Hier kommen aber auch wirklich die ganz alten Viewer zurück. Das ist doch geil. Ja. Ja. Stampy. So ready. So, Lama. Wir sind jetzt hier in... Hogwarts. Hier in der Schule für Hexerei und Zauberei jeglicher Art. Ist ein Zauberstab schon gezückt, ja? Ja. Dann mach ich jetzt... Mach ich jetzt ready. Hier, die Treppen bewegen sich gerne. Und pass auf den Hund Fluffy von Hagrid aus. Witzig ist, dass gerade jemand in meiner Liste angefangen hat, hauptsächlich jetzt dieses Spiel. Lol. Das ist kein Zufall. Boah. Alter. Alter, der hat dich mit seinem Huf verdroschen. Was machst du eigentlich so Hobby-mäßig? Ohan, ohne Witz. Ähm... Ficken. Gerne. Bitte was? Bitte was? Sehr immer noch Jugendfeuer. Wobei, wir haben nach 3... Verzugsweise mit... Ne, ich sag das nicht. Ah, mit Frauen. Ach, du Liesel. Hilfe! Hilfe, er dreht durch! Boah, Alter, Alter! Boah, ey! Boah, ey! Boah, Gott. Was meinst du so Hobby-mäßig? Also Basketball ist so das, was man mir als erstes zuschreiben würde. Ich will... Zocken, hätte ich jetzt gesagt. Zocken, zocken ist so, ja. Auch... Irgendwie auch logisch, ne? Dunkelschmiede-Stein 3. Dunkelschmiede-Stein 3. Dunkelschmiede-Stein 3. Die Nummer 3. Haben wir schon längst. Haben wir bei EG gekauft, Mensch. Schaut euch. Ich glaube, es ist der nächste oder übernächste YouTube-Part. Den müsst ihr euch anschauen. Wiegel ist Hobby-mäßig Cosplay von alten Säcken. Mir ist übrigens noch nie aufgefallen, dass das hier quasi genauso aussieht wie in dem karianischen Dingsbums-Saal, wo man umdrehen kann. In dem Turm. Ja, genau. Ja, but makes sense, weil Rani kommt ja von hier. Ich bin dumm. Die sind irgendwo noch so versteckte Dinger, ne? Oh, Achtung! Mr. Fortyhand ist da. Edward Fortyhand. Alter, warum hast du die denn bewegt, ey? Weiß nicht. Mama. Ich will zum Mann. Lass mich jetzt auch mal voll die Gnade, weil jetzt bin ich hier, habe ich dir leben verloren. Ja, gut, dann warte, ich will auch. Ey, müssen wir die jetzt noch... So, einfach raus hier. Das ist nochmal Edward Fortyhand, ne? Ne, ne, lass den doch einfach da stehen, da drin. Gut. Ah, hier sind diese Zombies. Guck mal hier. Hör auf, geh zu essen! Hast du gesehen, wie ich durch den Sprung gedodged bin. Du bist nicht stark, Alter, ey. Ja, Alter. Wie viel Runen geben die? Ist ja lächerlich. Ist ja lächerlich, ne. Aber hier war doch noch irgendwo was verstecktes, wo man runterhüpfen konnte, ey. Willst du da jetzt wirklich machen? Ne, ich sag ja nur, hier war irgendwas, das weiß ich doch. Ey, ich töte die nicht mal mit einem Backstep, Sven. Du bist hier in eine ganze Armee reingerannt. Oh, fuck. Mach mal nicht, lass mal hier, lass mal hier weg. Guck mal, die wollen uns alle umarmen. Das sind alle, das sind alle dein eines Internet-Dates. Wo du mit Burnout vorweg gefahren bist. Also. Hallo, Herr Stampers-Line-Man. Hallo. Umarme mich. Oh, jo. Umarme mich. Oh, jo. Umarme mich. Boah. Und ich bin... In letzter... Wo war denn, Leute? Irgendwo kommt man da runterhüpfen. War es nicht hinter der... Hier? Hier, 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 hier. Ah, regarde la. Hier kann man nämlich außen rumlaufen. So war das nicht. Der Connesse! Boah. Um... 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 La... La... Gib mir mal einen Kuss. Kannst du nochmal deine Leuchte anmachen? Äh, ja, klar. Schön. Hier kann man... Toll, ne? Hier kann man hinten rum, sagst du? Genau. Also, so Hintertürchen-mäßig. Genau. Jetzt weiß ich nur nicht, war hier noch irgendwas? Äh, ne. Also, hier hoch. Boah. Ach du Sche... Edward vor die Hands! Genau, hier liegt nämlich noch irgendwas. Die Asche der Mario-Netzoldaten. Eine Asche. Ekelhaft. So, bist du ready? Ekelhaft? Hier gabst du mich hier, genau. Jo. Gut. Gib mir einen Kuss! Oh, Leute! Wo wohnt der da denn auf einmal, ey? Die sitzen halt hier auf dem Boden, ne? Fall jetzt da runter, du Bastard! Ah, geil! Er geht zurück in die Erde! Jetzt kommt er wieder raus. Ich bin Ruffy, ich stecke ihn wieder zurück in die Erde. Kennst du die One-Piece-Szene? Äh, ich weiß nicht, welche du meinst, ne? Ein Ruffy, äh, da kommt ein Zombie aus dem Boden raus und ein Ruffy geht hin und drückt den einfach wieder zurück. Auf, äh... Nee, die ist kalt durch, zurück. Sehr schön. Ey, hier sind so viele von den Zimbys. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh katana wechseln ja für ein bisschen blatt ein bisschen hand of blood bist du gut in rl meinst mit er allgemein ich würde sagen ich bin so ein guter platin spieler also von den von dem mittelfeld leuten er die untere durchschnitt probier mal auf eine uchigatana hier mehr fahren muss im zwei nicht sehr gut aber das sieht auch so geil aus wie deine waffe nach rechts so hängt und meine nach links so bist du bereit wollen wir noch hinten durch ich glaube da gibt es noch ein guti aber auch ein gegner ja ja das ist gravitation alter das hast du noch von magma linden vom holly gestellt ich habe schon wieder ein backstab gemacht ohne es zu wollen jetzt hast du auch ein gravitationsfeld wenn du das magst wenn du so auf radaren angelegt ist google schmiede stein 3 kommen wie spät wir die erst bekommen hätten unsere waffe ist schon auf plus 6 oh nein was bist du ein idiot ich hab nur gedacht der wetter da ist drunter springt dir voll los jetzt wird er nicht auch ich hab die gnade mal aktiviert ich hab die gnade mal aktiviert wo bist du denn ich bin weggelaufen ich konnte mir das elend nicht mehr angucken komm ich bin extra hierhin teleportiert ich geh jetzt ich geh jetzt zum fuchs rein ich bin tot ich geh ja sehr schön ich wollte mir gerade noch jemand holen hier war noch ein geheimer weg für irgendwas zu holen ich weiß nur noch mehr was ich hab's völlig vergessen magst du mitkommen oder wo gehst du hin ich bin halt hier schon bei den bei den büscherwürmern ach so ich muss mir auf jeden fall meine munnen holen gehen ne auf die hab ich das echt gefallen ich weiß tatsächlich gar nicht mehr was hier war legal spielt so gut rocket league wie stampers was ist denn WR ich hab keine ahnung ich hab keine ahnung ich hab keine ahnung oh guck mal hier ist noch ein kistchen ein kistchen wie sind WR wild receiver ach wild receiver ok ok wir sind jetzt schweiz bei games deswegen komm ich auch ich hab da jetzt auch nicht alter vater du du kennst du hast wirklich Hogwarts Legacy durchgespielt so komm jetzt ich hab hier extra die zwei schon aufgeräumt drei entschuldigung drei gegner getötet hab was haben wir gestern nochmal gesagt ein eldenring platformer ist kanjit einfach hier ist alexander's sohn und er ist not amused willst du mir den zauberer da bitte vom live behalten danke bin dabei ich hab hier nämlich grad alexander's sohn der geht mir ein bisschen auf den Sack alles ja mein doch so zauberer manschetten mit dual topf sehr schön ja wir sind jetzt gleich schon bei beim wolfie ne nicht von dieser seite zu öffnen wir können jetzt auch durchlaufen ne wir können jetzt natürlich auch hingehen so wer zaubert denn da hinten jetzt schon wieder wie verrückt du gehst einem ja völlig auf den geist hier unten rechts ist noch ein zauberer oh der hat mich mit seinem buch gehauen das haben die lehrer früher bei mir in der schule auch schon immer gemacht so ok bist du bereit auf ein wolfie wolf ja warte mal grad aber der kann auch zaubern ne warte mal grad ja komm her komm her ich bin hinter dir alter falter er ist er hat Hogwarts durchgespielt was ist das denn für ein wild wer ist das guck mal hier hinter sehe ich auch noch ein item steinschwertschlüssel so gefunden einfach komet ha hier ist das kamehameha ne nicht ganz ah ne das heißt anders ne das findest du auch erst hinten beim vulkan das ist azur azurs komet oder sowas ja warte mal du bist auch gestorben ne eben haha hab ich nicht vergessen hab ich aber nicht vergessen stampers war schon anfang 30 als die hügelstrafe eingeführt wurde alter guck mal der ist frech der schule ne kann man hier noch was entdecken oder ist hier nichts mehr ja wenn du hochkletterst kannst du hier hinten bei mir runterhüpfen ok also ich hab gesehen wie du runter gehüpft bist hier hinter diesem bild ne genau aber oben halt ne ja dann gibt es nämlich noch ein talisman und dann können wir die türen nämlich von hinten aufmachen die wir eben nicht aufmachen können ich glaube ich habe verkackt Hilfe ich bin bei alexanders kindern mhm ok das war richtig oder was naja ey die hätten den topf nicht töten sollen jetzt ach achten uns wirklich alle alle töpfe nach dem leben hey haltet euch schon ganz toll ne das sei dir aber nicht kein possible so dann komm gut das war ja ein schöner nebenbei ausritt ne jetzt gehts wieder los rein zum hund ich buff mich kurz und dann mach mal los da warte ich wohl auch grad mein dings noch mit mit zum buffen gucken ob ich dann zu schwer bin ja dann bin ich zu schwer dann muss ich gleich wieder weg machen ok ich bin ready ich geh rein hoch hoch das ist ja völlig außer kolleg alter komm mal klar ey die dinger bin ich am schlimmsten die wo er zaubert ja machen aber eigentlich kaum damage ne ich hab gier wie viele tränke hast du noch? wie viele tränke hast du noch? ich hab das allgemein dran gedrückt und dann war die animation und dann war die animation und dann war die animation ich muss unbedingt aufhören mit dem packen ich denke eh boah mies wer kriegt jetzt n ich habe 30.000 rune scheiße ich hatte nur 12.000 aber den schaffen wir ich find den nicht so schwer den 9 du weißt ja auch nicht wir machen halt echt viel weniger schaden ne ich weiß noch als ich den das allererste mal gemacht hab ich hab den so weggedamaged mhm so bist du schon respawned? mhm jetzt wir laufen jetzt einfach durch wir machen jetzt nicht nur die ganzen tippen oder? naja jetzt durchgerannt lest ihr ruhig weiter eure bücher die sind eh scheiße ich rest zu links und los alter die fangen da an zu snipen wie als gamescan run geh rein geh durch fahr Harry fahr run boah ich übernehme bisschen aggro ich habe ihn jetzt zweimal nicht erwischt weltklasse scheiße damit hab ich nicht gerechnet er ist viel unvorhersehbarer weil ich nicht weiß wen er von uns jetzt anbleiben ja ok bleib da oben was ist denn das für ein move? boah ich glaub das ist ein bug fuck jo hallo kommst du vielleicht runter? leckerli 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 sagen wir mal bescheid falls er doch nochmal runterkommt ja er kommt ich versuch grad und er kommt ah da ist er ja ok dann dreht sich wieder um boah das war alles geil da bleib einfach mal stehen damit ich dich anspringen kann und schreien doch er ist ein hund und so meine letzte drangekauft und hab mich grad voll gekauft und die erste Runde war besser ja da habe ich auch mich vorher gewacht da war ich hab mich auch nicht endlich gemacht ok er ist zu spät gesehen Schaden! Das ist aber auch viel... Das ist krass! Die Ertanke mag ich nicht. Ich gehe magisch. ach wie geil was denn ich habe genau dann die wirtschaft gesehen der henno hat quasi ihr hatten easter egg ja und zwar zwar gibt es da wohl ein gebäude wat ob jetzt eine brauerei darstellen soll weiß ich nicht auf jeden fall ein gebäude wat 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 irgendein getränk erstellt also zieht aus wie eine brauerei und da ist einfach überall knabe malzwerbung drauf ja kann er machen na gut müssen wir mal kurz an die gnade ich habe auch meine runen glaube ich gar nicht aufgenommen eben bei ihm ich habe jetzt 12.000 runen für nix irgendein anderer talisman vielleicht noch ein bisschen mehr bei mir werkt heilige angriffe senkt schadensresistenz zählt chat wisst jeder vielleicht mehr zählt der einschlag von meiner heiligen helebarde auch ansonsten ja komm wir bleiben ich bleibe dabei ich glaube weil der steht direkt auf wenn wir den anschlagen wenn wir den staggern ich glaube da gebe ich ihm crit verstehst du wie ich meine weil dann heile ich mich auch wieder voll boah bin ich den gedodged boah fuck so glhf so 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 Alter, der springt so viel hier rum. Soll ich critter? Jo. Ja, guck mal, crit macht schon viel. Ja, ja. Du hast ihn. GG's. GG's. Der Wolf ist süß, der Wolf ist down. Und die Wilden sind da noch draußen rumzaubern, ey. Okay. Zu Rinalda können wir eigentlich auch durchlaufen, aber wir wollen einmal den Weg uns durchfighten. Wir gucken jetzt mal, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, das ist mir alles nicht mehr so. Das ist wie eben mit diesem Geheimgang, wenn ich da stehe und das sehe, weiß ich wieder, wie es aussieht. Aber bis ich da bin, weiß ich nicht. Ah. Ich mach auf jeden Fall auch Konditionen höher. Ich mach... Ich würd sagen, wir holen uns noch den Talisman mit. Achso, wir können ja aufsteigen. Ja, hast du recht. Ich bin gerade auf zwei Level aufgestiegen. Weißt du was? Ich drück mir jetzt auch noch ein paar Runen rein. So. Hier so eine goldene Runen. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Das mag 26k. Die sind, find ich, ganz okay. Hier. Und jetzt geh ich auf Geschick 15. So, jetzt bin ich Level 58. Was willst du? Was willst du, ne? Ich glaub, das ist das erste Mal, dass ich in Elden Ring den nicht gepirstritet hab, den Hund. Echt? Ja. Gut, so viele Runs hab ich ja noch nicht. So, warte, bist du für Level 58 jetzt? Hab ich ein bisschen besser gehaushaltet. Ich bin schon fast 65. Oha. Du hast ja jetzt gerade gut die Runen gedrückt, ne? Ähm... Ja, scheiß drauf. Aber das ist natürlich sehr gut. Lass uns mal hier die... Irgendwas ist hier noch. Auch ein Talisman in der Asche. Ich zeigte grad noch wo. Ich weiß nicht mehr... Ich weiß nur, dass ich hier irgendwas... Äh, hier ist auf jeden Fall die eiserne Jungfrau, ne? Wir könnten theoretisch auch versuchen, den Weg hier zu machen, ne? Komm mal, komm mal, komm mal hier hoch. Und hier können wir rechts über die Häuser drüber, ne? Ja, genau. Ne, ne, pass auf. So, lass erstmal hier die Treppen hoch. Da ist auch noch ein Gelehrter. Oder hast du den schon gekillt? Hier. Ne, 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 ne. Hör auf zu zaubern, Mensch. Vigilgarium Leviosa. Es heißt Leviosa. Ich Leviosa. Noch eine Rolle. Hm, sehr schön. So, und hier oben ist jetzt was... Ich weiß nicht mehr, was das ist, aber das hat mir damals gefehlt und ich muss das noch einsammeln. Und zwar... Wenn wir jetzt hier runterhüpfen und dann direkt zurückgehen. Beziehung, ne, Quatsch, ist gar nicht wahr. Ich kann's für die Tür aufmachen. Das, was mir fehlt, ist oben, wenn du weitergehst. Ja, aber dann musst du über die Dächer hüpfen. Das kenn ich. Genau. Was war denn da noch? Weißt du das? Eine Kirche nachher noch? Ja, eine Kirche kommt halt am Ende. Alles, Mann. Wir können's machen. Mir ist egal, wir können noch weiterlaufen. Mir ist auch egal. Also der Einzige, den ich halt nicht fighten wollen würde, wäre tatsächlich die einseitige Jungfer. Die da? Ja. Oder willst du? Mir ist das scheißegal, Wiegel. Boah! Also die hat dich mal ja angefeitet. Ja. Ja gut, das ist ja klar. Dass sie versuchen, mich da hier anzumachen. Hör mal, du wolltest mich jetzt blockieren in den Kampf, gell? Ich weiß nicht, wir können die hier oben baiten, so ein bisschen. Keine Ahnung. Oh ja, oh ja! Guter Damage. Guter Damage. Macht auf jeden Fall Schaden wie Sau. Jetzt kommst du, ne? Das ist so, ne? Du gibst ihnen einmal einen Drink aus und dann kommen sie mit ihren Freundinnen. Die ist denn da durch den Brunnen gegangen, Alter. Ich hau da jetzt rein, ey. Ist mir egal. Ist mir egal, was du machst, ey. Boah, leck. Du rätst dich links. Achtung, Indiana Jones, da oben kommt sie. Die Kugel. Hier kommt die nächste, Achtung. Ich bin wieder erwischt. Weil da unten liegt noch ein Item, ne? Scheiße. Hab ich schon geholt, aber das war nichts, Fabian. Das war nichts Tolles. Komm her. Oder wir machen den alleine. Oder wir spielen jetzt... Warte. Zwei Sachen. Da ist ein Teleporter und hier ist noch eine Tür, die wir aufmachen können. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Da ist noch ein Teleporter. Wo geht denn der Teleporter nochmal hin? Der führt uns doch dann jetzt auf die andere Seite, oder? Lass uns ausprobieren, komm. Ja, aber dann kommen wir nicht mehr zurück. Hier ist keine Gnade. Ja, stimmt. Hier ist auch generell bis Renala oder Relana oder... Ne? Keine Gnade. Müssen wir jetzt erstmal noch hier einen Karianischen machen. Schön provokant vor ihm gebracht, ne? Was? Was? Hat der mich geparriert? Ich hab keine Ahnung, was der gemacht hat, aber du bist... ...one-hit weggeplatzt auf einmal. Komplett geplatzt, ja. Ich bin auch tot. Was? Oh, nicht gegen so einen Lappen. Oh, nicht so einen Lappen. Er hat einen Zauberstab in der Hand, Alter. Äh. Aber weißt du, was wir nicht gemacht haben? Wir haben nie unsere Debuffs weggemacht. Setz dich mal an die Gnade. Ja, ja, das stimmt. Obwohl, doch, wir haben ja gelevelt. Wir haben ja gelevelt, stimmt. Ja, aber direkt nach dem Hund haben wir gelevelt. Ja, klar, aber danach sind wir ja erstmal nicht gestorben. Aber da hatten wir ja keinen Debuff. Ja, deswegen, wir hatten ja keinen Debuff. Aber zum Hund hatten wir immer einen Debuff, ne? Das kann sein, ja. Das sehe ich zumindest. Jetzt hab ich bei jedem Sprung immer so Schiss. Naja, es ist halt ein Schmiedestein Lager 5. Ja, du willst mich doch verarschen, Beagle. Warte, hier ist noch ein Item. Hast du den Schmiedestein 5 Hund geholt? Ja, ich wäre kein guter Indiana Jones-Hauptwunder, wenn ich das gewesen wäre. Oh, der hat mich geparryt. Ungeworne hättet, Alter. Ach, der hat mich geparryt und mir einen Clip gegeben. Ja, so hat er das wahrscheinlich auch eben mit mir gemacht. Alter, Sau. Ey! Jetzt wechseln wir zum Braubus, auf der Bastard. What the fuck? Oh, hast du nichts mehr zu trinken? Oh, das tut mir aber leid. Ab ihn. Ja, eben. Oh, der hat nur das Schild gedroppt. Ja. Das ist ein Arsch. Warte, ich mach die Tür auf. Da kannst du direkt da rein. Warte, hier ist noch Harry. Wenn mal, Lord Voldemort ist nicht zurück. Verstehst du es, Harry? Bist nicht der Auserwählte. Stehst du vor der Tür? Ähm, ja, ich wollte nur gerade hier gucken. Du kannst doch hier noch links rüber und dann die andere Tür da aufmachen. Welche? Weil da, wo wir gerade nicht durchkamen. Ja, hier kannst du noch. Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich hab dir noch die andere Tür aufgemacht. Ist hier nix. Ah, doch, hier. Genau. Kannst du mich noch hoch? Oh, oh. Was denn? Ich besser drauf geschissen. Hier ist ein Kürbiskopfritter. Ich komm hoch, ich hör ihn. Oh ja, die mag ich aber. Die mag ich gerne. Ich würde aber zuerst den Zauberer killen, weil der ist tatsächlich, glaube ich, nerviger. Okay. Ich bin da. Auf drei geht's los. Okay, nun. Er lebt noch. Er lebt noch. Er ist jetzt so ein Aufmerzenrohr. Oh, fuck, hinter mir soll einer. Boah, die hab ich nicht gesehen. Hinter uns stand noch einer. Weg neben der Leiter. Der Bastard, ey. Bastard, ey. Es wäre schön, wenn der Kürbiskopf den Zauberer auch damage macht. Okay, wir haben's. Jetzt können wir uns auf den Kürbis konzentrieren. Shit. Oh ja, baby. Oh ja. Echt? Hier oben war ich, glaube ich, noch. Echt, nicht? Mhm. Ein Kürbishelm. Siehst du mal. Schade, jetzt wollte ich hier mal zeigen, wie gut ich mich in Hogwarts rauskenne. Ah, Schimmersteinziger. Der gibt auch schon ein bisschen mehr Runen, oder? Wo kommen wir denn hier nochmal hin? Warte mal hier. Ah, zum Teleporter wieder. Ja, genau. Hier ist noch ein Item. Okay. Den Drop vom Zauberer nehme ich noch mit. Seine Bein. Oh nein. Ich habe überlebt. Scheiße. Na genau, da wollte ich nämlich gerade nochmal an die Tür aufmachen. Oh, das ist lange. Wie schwer ist diese Tür? Alrighty. Ja, dann. First try. Vielleicht können wir hier noch kurz hin. Warte mal. Hier noch kurz. Was ist da die Tür auf? Habe ich schon. Hast du schon aufgemacht? Ja. Das war die Tür, wo ich gesagt habe, die mache ich dir auf. Ah, so. Okay, gut. Okay. Alles klar. Okay. Kommt der denn her. Homo. Der alte Homo. So. Let's go. Auf den Bossfight zu zweit habe ich aber tatsächlich ein bisschen Bock, ne? Muss ich sagen. Da können wir uns jetzt schön aufteilen bei ihren Kindern. Aber ich habe nur drei Tränke. Ja, das können ja schon Schuss in den Ofen werden. So, was halten wir so von? Mal wieder ein Schuss in den Ofen. Was halten wir von Cutscenes? Es gibt einen, ne? Oh, ja, kannst du machen. Und los geht's. Ich suche die Leuchtende direkt hinten rechts. Rot. Ab die andere Leuchtende. Ja, hier ist auch noch eine. Rot. Da hinten noch eine in der Ecke. Die zaubert. Rinala kommt runter, oder? Ja, Rinala kommt runter. Abwart. Das ist unnötiger Damage, tatsächlich. Scheiße. Hätte ich nicht fressen sollen. Da hinten ist einer. Ab die. Hier direkt daneben dran ist noch eine. Ja, geh du da hin. Ich stehe mich woanders hin auf. Ja, ich glaube so. Dass wir die schnell die letzte finden. Rinala ist wieder da. Ja, ich stehe mich woanders hin. Weg. Hier ist eine. Bei dir ist auch eine. Boah, ich hab grad Probleme. Oh ja, shit. Oh ja, shit. Da steht die neben dir. Boah, fuck, mein Klapp. Darunter, ey. Kronen-Deutschland. Wo ist die Sau? Ey, hier eine zaubert, aber das ist nicht die Bedeutung, die die Rinala oben drin hält. Oh, hier hinten ist das. Hier hinten ist das. Ja, hier auch. Okay. Komm, komm. Ja, doch mal dieselbe. Geil. Achtung. Jetzt, 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 jetzt. What's happening? Ich glaube, ich hab noch nie so lange gegen Rinala gekämpft, dass das passiert ist. Die schmeißt neue Kinder vom Himmel. Nee, die hat die hochgehoben. Ah. Ah, hier hinten ist das, ich sehe sie. So müssen sie auch. Jetzt müssen sie rüberkommen. Ja, ja, ja. Boah, Alter. Hier ist noch einer. Ja, hier auch. War noch nie so versteckt, ich schwöre dir das. Ja, ist so. Jetzt fällt sie wieder, ne? Nee. Ich hab hier schon hinter dem Bücherregal geguckt. Hier ist sie. Nice. Rinala müsste fallen. Ja. Ich weiß noch nicht, ob wir das jetzt in der Rotation schon schaffen, ne? Okay. Boah, hab ich schon wieder. Boah, hab ich schon wieder. Ja, ich schweiß. Ich hab nur noch einen Trank. Ich hab keinen, ja. Boah, ich bin schon wieder down. Sag mal, wo sind die Leuchterköpfe? Das kann ich nicht so... Keine Ahnung, Max. Boah, Alter. Ich hab keinen Trank mehr. Und ich finde einfach keine... ...keine Tochter, die ihre Nalla in der Luft hält. Ich auch nicht. Und dann sind wir wahllos, die hier töten. Nee, ich schlachte die ganze Zeit auf dem Ding immer welche ab, aber... Ja, es ist ja auch kein Beleuchtender dabei. Nein. Weil jetzt zieht sie wieder eine hoch. Boah, das hier ist die nervigste Phase 1, die ich schon... ...wenn aller jemals hatte. Ich bin tot. Scheiße. Er hat grad Feuer gespuckt, die Fick. Gut, du weißt ja auch einfach nicht, wen wir töten sollen. Es leuchtet keiner. Es leuchtet einfach keiner. Boah, jetzt beißt mich da, die, Alter. Ja, mach doch mal noch einen Rücken. Ich geh mal da was zu trinken. Ja, mach das. Ich höre jetzt auch wahllos, die abzuschlachten. Alter. Unwitz. Es leuchtet aber auch keiner. Für die, die den Feithin nicht kennen, normalerweise hat hier... Das habt ihr ja auch eben gesehen. Die haben hier alle einen leuchtenden Kreis um ihren Kopf herum. So ein... Gott im Himmel. War die versteckt. So eine Scheiße. Ist ja vielleicht tatsächlich limitiert, da du die nur dreimal runter... Ah, da hast du die doch... Ja, ja, ich hab die... Die singen. Wir müssen dann auf die Akustik warten. Ich schaffe Rinala aber in Phase 2 nicht für die zu stark. Ohne Tränke, ohne alles. Die Cutscene gucke ich mir jetzt noch genüsslich an, weil die feier ich tatsächlich. Hm, ich feier die wirklich. So wie Rani da plötzlich rauskommt und sagt, Ah, I'm Rinalas Daughter. My beloved. Have no fear. I will hold thee Patience. Ye will be countless born Forever and ever. Ja, guck mal, wie geil. Naja, noch, noch ist Rani uns, äh, nicht wohlgesonnen. So, Cutscene überspringen. Die Käse sind besser unruh. Ha! ... Boah, scheiße. Ja, gut. Ich hab übrigens OO. Ja? Geil. Jetzt aber mit Full trinken schaffen wir das. Ey, ohne Witz. OO ist ein absoluter Game Changer. Echt? Weil der Dinger wiederbeleben kann, ne? Mhm. Der kann fast, der kann, glaube ich, einmal ein ganzes Team wiederbeleben. Und jetzt stell dir vor, du bist in einem Teamfight für Reich Vasa. Ja. Und das Gegnerteam kriegt dich gerade so kaputt. Und der belebst du einfach alle wieder. Kurz hinsetzen, Vollnis. Ach so, ja. Chat, hattet ihr jetzt gerade drauf geachtet, ob Stampers 53 Tode oder 52 hatte? Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher. Ich bin ja jetzt genauso gestorben wie du. Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht, ob du vorher, äh, 53 oder 52, also ob jetzt mein Deathcounter hochzählen einmal geklappt hat oder nicht. Ach so, nur da freue ich's schon nicht. Ich geh oben nach, sag ich wie das. Ach, scheiße, ja. Na, hab ich jetzt verbeilt. Ich hab vergessen, dass die Tür hier offen ist, ne? Hm, dumm. Schlag nicht so unten. Ach, scheiße. Ja, ich bin aber jetzt auch keinen guten Weg gegangen. Ja, aber die Kugel kommt ja jetzt auch nicht mehr, weil der Typ ja jetzt tot ist. Hm, true. Also ist der Weg unten eigentlich sogar safer. Ja, warte auf mich. Ich hab mich einmal kurz verlaufen. Ja, ich muss eh den Fahrstuhl nochmal unterrufen. Ich hab mir, ich hab mir ein Autogramm von Harry Potter geholt. Ich war in der Winkelgasse mit... ...Him Potter. ...Him Potter. Jo, bin da. So, jetzt schaffen wir's. Lass uns, lass uns da, äh, geduldiger suchen einfach bei den Brennern. Und ich glaub ich baff mich... Ich baff mich, glaub ich, kurz bevor wir Rani gekeilt haben. Äh, Rani sag ich schon. Ja, von der zweiten Phase. Ja. Hab die erste. Autsch. Sie ist die zweite. Ich seh sie. Ne, noch nicht. Hab sie. Bei dir, bei dir. Hab. Ich glaub Renata fällt runter. Ne, ich glaub auch. Ja. Und rein nach. Und weg. Ja. Muss man nicht. Lieber frühzeitig und keinen Schaden. Kassier. Bei dir. Da kommt es, ich komm mit einer. Oh, direkt hier nehmen wir es noch eine. Oh, direkt hier nehmen wir es noch eine. Sehr schön. Autsch. Wird gewissen. Na, hier hinten in der Ecke ist nur einer. Schön gesehen. Oh ja. Guck nämlich, das ist nicht drauf. Mö, die da kommt hier. Ah, oh, zu spät, boah doch! Boah, krass! Vorne, vorne bei dir. Echt neben dir. Jo. Ach crazy, es waren zwei. mit den lilan die die lila leuchten die die sachen schmeißen die nerven mich auch die sind schlimmer rechts bei mir ist eine habe eine fällt schon ich habe erstmal noch zwei gekillt die sache in einer fährten die fährt die fährt von dem auto im motorrad weg wo komme ich wieso läuft meine kronenlöscher ausgeglichen feuer scheiße ab eine sein soll man sich schnell weg hier ist feuer ich will meine tränke nicht für euch verschwenden ja ich musste auch ein paar holen ich will nicht lernen ich will nicht lernen ja krank da ok ich skippe der kommt direkt das kam her ja jetzt ich bin einfach tot ich habe einfach diese billow in so hat Also, es mag ein Bug im Spiel sein, gell? Ich weiß nicht warum, aber ich hab grad unendlich Ausdauer. Ja, stimmt. Die ist instant wieder voll. Mach einfach weiter so. Mach einfach weiter so. Ich will doch gar keinen Crit machen. Reite die Welle. Reite die Welle, mein Freund. Wie geil. Ja, Stefan Solo ist die... Let me solo her. YouTube-Video. Mit diesem Trick besiegst du den Nala ohne Leben zu verlieren. Das ist dumm, ey. Es giltig. Wie schwach ist es giltig? Ja. Ausdauer wieder leer. Hä? Sehr schön. Ich hab einfach zwei Trophäen bekommen. Easy. Du müsstest dich nur direkt an die Gnade setzen, damit ich auch wieder da bin. Ja, ja. Alter. Du willst gar nicht wissen, was ich gerade sehe. Wie sie der Diebe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na, du, bei mir stehst du hier. Moin. Ja, ich, ich... Ich folg dir noch. Woher hat er fliehen, meine Lieblings? Komm aus, von woher sie hängt. Es gibt Bücher. Ah, ja. Jetzt, jetzt hab ich doch den Text bekommen. Ihr seid gestorben. Nice. Krass. Schön, schön gecarried. Ja, kein Problem. Das hast du sehr gut gemacht. Das hast du sehr gut gemacht. Danke. Vielen Dank.